Ja, gut, da hat es fertig, ich muss das Neustreffer aufrufen, dann melde ich mich auf. Schnell, ich war rein. Einfach, aber es ist jetzt hier keine Versammlung. Was Sie tun, ist ein Schwachdach. Sie probieren, wenn wir Sie jetzt... Wir auch, stehen Sie frei, wenn ich auch, sonst müssen wir das mit Zweckslosen haben durchsetzen. Langsam, ruhig, ruhig dich. Ja, nein, 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 nein. Die sind ja so brutal, die Jungen... Ja, hier waren vorher aber eine kleine Sitzmutzung, die haben 20 Leute. Die sind ja so brutal, die sind ja so brutal. und fragen diesen Menschen, die heute meinten. Ich habe hier eine Versuch, die Polizei hier nicht in die Rolle zu bringen, die von der Straße tragen zu müssen. Die Polizei hier ist noch Kino, da! Hier ist noch Kino, da! Hier ist noch Kino! Hier ist noch Kino! Hier setzt er sich ja nochmal hin. Gibt noch ein paar Wiederholungen. Ganz folgt, den Weißen von der vierte, der auf die Stadt und weggegangen ist. Die Aufgabe ist... Sie können dann schon was... Die Straßen frei! Die Straßen frei! Die Straßen frei! Können wir uns? Können wir auch mal ankommen? Genau. Wie lange? Einfach den Leuten einfach wegfahren. Das muss schon sein, ja? Ah, die Stadt. Meine Anwälte anbieten. Ja, das würde ich gerne jetzt irgendwelchen Journalisten erzählen. Okay, haben Sie denn ein bisschen Einfluss auf die anderen, dass Sie dann auch hier, wenn man so hoch geht? Ja, lassen wir hier. Genau. Okay, kann ich Ihnen da anbieten, dass ich ein paar Kollegen mehr erhole hier? Einen Finger kann man brechen, aber eine Faust nicht. Entschuldigen, wir machen hier keinen Aufstand. So, kommst du mehr, will ich mitzumießen? Ja, was? Oh, shit! Okay. Die sind wieder der Letzte. Eben. Komm, ich bleib hoch, ne? Aber ein bisschen komisch. Oder? Wunderschön. Und wenn die Plakate auch mitgehen, kein Problem. Dann gehen wir 100 Meter nach links runter. Ist doch alles super, oder? Das ist mir immer hoch! Weil ich mich wisen muss. Jaaa. Ja. Was ich nicht? Das war's für heute. Das war der S-Bahn-Begleiter. Das war der S-Bahn-Begleiter.